So, da sind wir mit Benjamin Blümchen, dem pädophilen Elefanten und diesem kleinen Ken hier Der nur springen kann Ja, natürlich Er ist zu dumm Genau Passt ja, die Musik passt ja wohl, oder? Kein Problem, Junge Kein Problem Kein Problem, Junge Jump, du Spasti Jump Achtung Jump Jump Brav Ja, und jetzt? Du musst mir die Kinsesia-Datei schicken Hier ist nichts Hallo, hier ist nichts Wartet mal Wo? Hier unten? Ja, wir sollten da hinkommen Kennen man Sprich mal hoch Er schafft es nicht Warte, hier muss noch einen anderen Weg geben, glaube ich Ah, er kann schräg springen Was ist denn was denn das? Ken, du kannst es zeigen, ob du schräg springen kannst Wir testen mal, ob Ken schräg springen kann Yeah, kann es man Warum sagt er denn nichts? Warum sagt er denn nichts? Ken, warum sagst du nichts? Was schüchtern Ken Mensch Ken, du bist Babi Nee, Babi steht nicht auf Kleine Mit Geschlecht Ja, eben Ich gehe davon aus, dass er kreinz hat Ja, aber Babi steht und brauchst du ja auch selber auch krein Oder nicht? Ja, aber Babi ist ja was anderes, Babi brauchst sowas ja nicht Babi brauchst du nicht, okay? Nein Alter, nein Ey, das pisst mich voll ab, Mann Das fuckt mich übel ab, gerade Dass ich hier keine Energie mehr habe, ey Wenn man aber doch so verschwenderisch, äh, so verkennerisch umgeht Äh, schickst du mir gleich die Kim-Telsea-Dateile, mach ich ja das, ne? Ja, mach ich gleich Dann, wenn wir fertig sind mit dem Jao Dein Rennlecht hier ist unter Ferdsichernden Nein! Ah, du schch, wugler Junge, Mann Das hat kein Leben, du kleiner Mensch Oh, du mal Junge, Mann Da ist dein Sprung abgebrochen Wo sitzt du? Nein, warte, das ist... So Er kann schräg springen, Wahnsinn. Ich glaub's immer noch nicht. Ja, natürlich. Was ist das denn? Ist er eigentlich eine Pflanze gewesen oder nicht? Ja, natürlich, weil er springt dann. Schwuchtel. Ey, diese Graffehler stinkt mich ab, ey. Ja, nee, oder? Ja, keine Angst, es hat wieder mal eine halbe Stunde, oder? Ja, aber was wir machen? Nee, nicht freiwillig. Wenn du mich zwingen möchtest, gerne, aber sonst... Aber du würdest gerne eine ganze Stunde spielen? Nee. Ich mag dieses Spiel nicht. Eine ganze Stunde auf keinen Fall, ich kriege ja Ticker-Schock hier. Ja. Der ist zu dir aus, und ich bin wie ich. Und sonst ist es auch aus. Ob du jetzt eine ganze Stunde oder eine halbe Stunde hast. Leider habe ich das Spiel, was ich dir als erstes schicken wollte. Ein richtig geiles Spiel, aber ich leider nicht mehr gehabt. Oh. Jump. Du mal so habe ich es runtergeladen gehabt. Aber irgendwie war es anstatt ein Spiel, eine Video-Ateile. So, wo ist jetzt diese Pflanze? Okay. Er ist schon wieder zu weit gesprungen. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Nee, das ist nicht wahr, dass du es kennst. Bitte. Jawohl. Bitte. Nein! Ey, da war kein Mist, Mann. Fick dich. Du pädophiles Schwein, Mann. Okay, du hast Faschism an mir kennen. Jeder hat hier seine Freunde. Du wirst keine mehr jetzt kennen. Es ist vorbei. Man sollte sich niemals einen Spieler zum Feind machen. Oh, ich habe einen Dive-Ux-Abdruck. Ich habe einen Dive-Ux-Abdruck. Ich habe einen Dive-Ux-Abdruck. Nein, da wollen wir jetzt noch nicht rüber. Diese Teile gehen unter. Gehen teile unter, ja, ne? Ja, aber wäre so schwer, noch wäre hier im Moment nicht. Finger rüber. Finger rüber. Die. Das ist eben nicht unter und jetzt ist die Ruhe. Ja, Mann. Kopfschell, schell, schell weiter. Huù! Die geht auch unter. Die sind alle in die Richtung gucken, oder was? Oh, fick dich, Alter! Nein! Ich guck erst mal, ob die untergeht. Warte, 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 warte. Ne, die geht anscheinend nicht unter. Die geht unter, ja. Wenn der mit dem Blümchen runterhaut, zieht das Ding runter, damit der Kern vögeln kann. Das ist die Lösung vom Spiel, das muss man rausfinden, wenn der mit dem Blümchen... Das kann doch nicht wahr sein! Ernsthaft? Geht das? Boah, übelter Style, man. Übelter Drumstyle. Übelter Drumstyle. Schwuchtel. Ernsthaft, ich hasse dich, Junge, und du willst jetzt hier in das Krokodil reinspringen. Das ist der Krokodil. Nachnie pfährt. Nachnie pfährt! Nachnie pfährt! Ich bin von mir vergewaltigt. Ich werde nicht mit dir drauf. Jump! Alter, ich dreh hier gleich zu hoch, ich hab hier gleich einen übelsten Sugar-Shock, weil ich nicht mehr klarkomme auf den Scheiß. Sugar-Shock? Sugar-Shock. Sugar-Shock. Jump. Oh. Sugar-Shock. Ja. Sugar-Shock. Du bin alter Mensch, Junge, Alter, Mann. Ich kann dich nicht, das ist so schwer, das tut mir leid. Das ist die Wahrheit, ich kann es wirklich nicht, das ist so schwer. Ich kann dich nicht, das ist so schwer, das hat ich dir nicht geschickt. Aber du liebst ja Herausforderungen, ne? Klar. Das Problem ist nicht, dass das Spiel so... Nein, 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 nein! Fick dich doch, du hässlich, Mann, spring da rein! Du hässlich, aber behindert, scheiße, Junge, Mann. Spring hier ins Nichts, los! Spring hier ins Nichts! Hey, ey, 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 ey! Wir wollen dir jetzt immer nicht aushorchen, ne? Wir wollen dir jetzt viel... Verfickter Junge, ertrinkt doch endlich, du Spasti, Mann! Leute, ich hab es geschafft, ich hab mich so ausgedracht. Ich hab sein Kipps nur nie ins Gefühl. Du behinderter Mensch, Junge, das ist doch nicht normal! Halt doch fest an dem Spasti, wieso ertrinkst du den da runter, Mann? Was hast du denn für Aids, du kleiner Pisser? Ernsthaft, der muss doch nur... Dieser verfickte Junge muss nur über diese scheiß Fickkacke springen und er macht es einfach nicht. Wo muss ich jetzt lang? Die Pflanze fehlt. Ja, natürlich, ich gucke wie weit weg die ist. Ah, Jump. Ich gucke dir die Kippkacke spiele. Ich habe es gefunden. Ich will dieses Spiel nicht widerspielen, nein. Danke, nein. Was denn? Oh, du bist so ein Schwuchtelkind, Mann. So. Drei oder zwei? Ich sag einfach mal zwei. Ich habe es nicht mitgenommen, sehe ich gerade. So, jetzt darf ich wieder entscheiden, wo ich lang muss. Wie geht dieser scheiß Schiet weg, Mann, hier? Das ist ja jetzt. Ach, kurz Pause. Nein, ich versuche es nicht zu kriegen. Ah, ich muss den Zaun anlassen, okay. Ich lasse erstmal den Zaun an, vorläufig. Nein. Ich lasse erstmal den Zaun an, dann müssen wir dann weg. Warte. Okay. Wir finden den Weg jetzt. Jump. Oh. Der letzte Fahrt, Junge, das ist der letzte. Dann musst du noch mal zwei Minuten schaffen. Ja. Oh, du machst die ganze Stunde. Ich schaff das noch. Pass auf. Ich muss nochmal mit Pause. Also. Der ist so schwul, dieser Junge. Ich hab ja Fertifuck gekriegt fast, man, alter. Komm. Komm, als nächstes Kind. Komm. Ja, los, komm, bring dich um, als nächstes Kind, los, stirb. Ja, das ist mir jetzt auch egal mit diesem Sound hier, Mann. Ja, ich versteh meine eigene Stimme nicht mehr, weil ich diesen Sound anhabe. Nein, ich versteh kein Wort mehr von mir. Oh, voll gebackt, Mann. Leben. Und was wollen wir denn machen? Willst du auf 30 Minuten verkürzen hier im Spiel, oder wollen wir... Nee, sagst du entscheiden. Du, du, ich würdest gestern auch entscheiden, also sag du. Nein, du hast gestern entschieden, ob das wird oder nicht. Äh, ich hab gestern entschieden. Aaaaaaaaaaah. Ich hab gestern gesagt, ob ich verkürzt oder nicht. Ich glaube, ich klatsch das hier weg, das Spiel. Ja, dann musst du es jetzt langsam ausmachen. Wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, mach das. Ich seh, ich will dich ja nicht weiter quillen. Der letzte Sprung, Achtung. Ins Nichts. So, dieses hässliche Kind. Danke fürs Zusehen. Tolles Let's Wars, Shaggy. Und ja. Bitteschön. Danke, danke. Okay, bis zum nächsten Let's Wars.